Roulette Live Gambling Mit dem Roulette System Groß Live im Internet Casino Heute ist Montag der 15. Dezember 2008 um 19 Uhr Es ist wieder ohne Zeit angebrochen und es ist 18 Uhr Ich habe mich bereits in das Internet Casino eingeloggt Wie Sie auf dem Live Film sehen, laufen dort ein paar wenige Leute in den Casino herum Aber ich nehme heute einen Tisch, an dem ich nur alleine spiele Sie können ja alles auf dem Live Film mitverfolgt Das UBIG System ist ein System auf Wurfweite Und das System befindet sich auch in unserer kostenlosen Software Die Sie kostenlos aus dem Internet laden können Es ist immer ganz einfach zu spielen, weil man keine Buchführung führen muss Wenn ich gebe nur die gefallenen Zahlen ein und das System sagt mir Was für den nächsten Krug gesetzt werden muss So und nun wollen wir Anfang machen Theoretisch ist das System vergleichbar mit einfachen Chancen Denn es muss immer ein halber Kesselsektor gesetzt werden Allerdings geht es hier auf Nummern im Kessel Nun dreht die Frau im Casino im Kessel und es ist die Nummer 31 Ich gebe das Indie Software ein Mache aber noch keinen Satz Nun dreht die Frau wieder den Kessel und es ist die Nummer 7 Auch hier mache ich noch keinen Satz für den echten Kot Nun dreht die Frau wieder den Kessel und die Nummer 36 fällt Auch hier werde ich noch keinen Satz für die nächsten Krug tätig Jetzt dreht die Frau wieder den Kessel und es ist die Nummer 13 Auch hier werde ich wieder für den nächsten Krug keinen Satz tätig Er zuletzt wieder die Frau die Kessel und es ist die Nummer 31 Jetzt beabsichtige ich für den nächsten Krug einen Satz zu tätigen Da die Software mir auch signalisiert Jetzt einen guten Satz berechnen zu können Ich soll auf den Kessel Sektor 6 bis 9 und den setzen Ich setze dieses Stück Und jetzt dreht Ehefrau den Kessel und es ist die Nummer 5 Hervorragend ich habe gewonnen Der erste Computer gleich geworden Gewinn Für den nächsten Satz werde ich keinen Satz tätigen Und die Frau im Casino dreht den Kessel und es ist die Nummer 12 Jetzt sagt mir die Software für den kommenden Satz Setzen auf die NRN 22 bis 4 Ich setze diese Stücke Nun dreht die Frau den Kessel und es ist die Nummer 32 Wunderbar ich habe schon wieder gewonnen Für den nächsten Satz setze ich keine Stücke Die Frau trägt den Kessel und es ist die Nummer 26 Auch für den jetzt kommenden Satz werde ich Komma und die Frau trägt Denkessel und Sieg Nummer 19 Nun sagt mir die Software für den nächsten Satz So will ich auf Denkessel Bereich 2 bis 33 setzen Ich setze diese Stücke und jetzt dreht die Frau den Kessel und es ist die Nummer 11 Ich habe schon wieder gewonnen Jetzt höre ich auf Es ist wirklich fantastisch ich habe 3 Koops gesetzt und alle 3 Koops gewonnen Ein ganz toller Erfolg Das System ist wirklich gut Ich werde nicht nicht mehr gestanden So will ich den Kessel in den Kessel ort aber auch knees guy z Whenever Zeit Ich werde nicht mehr indem ich wenn dierito Eine der anderen Seite Ich werde nicht mehr金 Origins für den Kessel Vielen Dank. 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 Vielen Dank.